Slot mit Gott. Dich suche ich. Gott näher kennenlernen. Impuls von Gabriele Wolters, gelesen von Nicole Langer. Der Heilige Geist und das Dreifaltigkeitsbild. Beschäftige ich mich mit dem Heiligen Geist, komme ich um die Frage nach der Dreifaltigkeit nicht herum. Lange Zeit zum Beispiel habe ich, weil auch für mich die Frage nicht geklärt war, was ich denn unter Dreifaltigkeit verstehen sollte, nicht gewusst, wie ich als Lehrerin mit meinen Schülern darüber sprechen kann. Eine Idee, ein Tuch, was dreimal gefaltet ist. Aber das sind eventuell alle Teile gleich. Das kleine Relief von Schwester Caritas Müller hat mich angesprochen, weil es mich der Antwort meiner Fragen ein bisschen näher bringt. Es ist mir quasi zum Erfahrungsbild geworden. Das mich zutiefst berührende Relief zeigt einen Gott, der nicht über allem thront, sondern der dem Menschen ganz nahe kommt. Ich sehe Gott Vater, Jesus und den Heiligen Geist in starker Bezogenheit auf den bedürftigen Menschen in der Mitte, der so dringlich die göttliche Liebe, Zuwendung und Barmherzigkeit braucht. Ganz ergeben lässt er sich fallen ins Göttliche, gibt alles eigene Wollen ja völlig die Kontrolle auf. Zärtlich, voller Güte, ja mütterlich, bemüht sich die Gott-Vater-Figur um die verletzliche, kraftlos in der Mitte liegende menschliche Figur. Scheint sie quasi zu küssen. Er kommt voller Barmherzigkeit und Liebe ganz nahe, lässt sie seine Nähe spüren. Mir scheint es so, als hauchte er ihr seinem Atem ein. Er liebt den Menschen nicht, weil er etwas darstellt, sich bewährt oder etwas vollbringt. Weil er gut ist, nimmt er den Menschen liebevoll in den Arm, greift ihm unter die Arme. Aus eigener Kraft kann der Mensch, obwohl er sich immer wieder vormacht, autark, stark, durchsetzungsfähig und unabhängig zu sein, tatsächlich nichts bewirken. Er braucht Gott, ist angewiesen und gehalten von Gottes Liebe, lebt durch ihn und in ihm. Ich frage mich, kann ich mich so bedürftig, verletzlich, schwach zeigen, zulassbereit? Jesus im zweiten Kreis außen ist der menschgewordene Gott, der sich herabbeugt, mit in die Tiefe geht. So zeigt er sich uns in den Evangelientexten. So erfahren wir ihn. Als Freund wendet er sich gerade den Bedürftigen zu, lässt niemanden in Stich. Er berührt, packt den Menschen bei den Füßen, versucht ihn wieder aufzurichten, auf die Füße zu stellen, ihn auf die Beine zu bringen. Die Darstellung hier erinnert mich ein bisschen an die Fußwaschung. Im oberen Kreis sehe ich die Flammen des Heiligen Geistes. Für mich sind es die Flammen über dem menschlichen Körper, die Energie, der Lebensgeist, die den Menschen entflammen und bewegen, ihn mit Hoffnung erfüllen soll. Das Pfingstbild von den Feuerzungen kommt mir in den Sinn. Da kommt ein ungeheuer dynamisches, belebendes Element ins Spiel. Etwas, was der zerbrechliche Mensch außer Liebe, Zuwendung und Barmherzigkeit sonst noch braucht. Die flammende, lodernde Energie der Begeisterung. Wie eine Taube scheinen die Flammen herabzuschweben, zielen genau auf das menschliche Herz. Der Funke der Leidenschaft, der Begeisterung soll den Menschen erfassen, auf ihn überspringen, ihn beleben. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind in der Darstellung über miteinander verbundene und verschlungene Kreise, die an die olympischen Ringe erinnern, unauflöslich miteinander und mit dem Menschen verbunden. Sie bilden eine verbobene Einheit, ein Gottesbild und in Beziehung zum Menschen sein Seelenbild. Sie symbolisieren, was ich erlebe. Immer wieder will Gott uns auf verschiedenste Art und Weise seine Liebe zeigen und uns begegnen. Wir können ihn erfahren als Spender von Fürsorge, Trost und Halt, als Basis des Lebens, als Stabilität und als unberechenbares Element, als Lebensenergie und Lebenskraft, Dynamik. Der Heilige Geist ist der zündende Funke Gottes in unserer Seele. In einem seiner Bücher erklärt der Franziskaner-Pater Richard Rohr, den ich sehr mag, warum wir überhaupt das Bild der Trinität, also der Dreifaltigkeit brauchen, um etwas vom Wesen Gottes zu erfahren. Er sagt, Gott ist nur in Liebe und Beziehung erlebbar. Man braucht eine Person, um ein Individuum zu sein. Man braucht zwei Personen, um ein Paar zu bilden. Und man braucht mindestens drei Personen, um eine Gemeinschaft zu gründen. Nachdem ich mich so eingehend mit dem Bild von Schwester Caritas beschäftigt habe, kann ich das Kreuzzeichen noch einmal bewusster machen, es als Symbol der Verbundenheit mit Gott, der in Beziehungen geht, sehen. Ich kann zulassen, dass Gott mich auf diese Weise segnen will.